Schengiz Kabalak, die guckt nochmal durch. Los geht's, der WSV von links nach rechts. Borussia Mönchengladbach von rechts nach links. Und da haben sie den Deming so ein bisschen aus den Augen verloren. Der flankt in die Mitte. Hagemann. Erste gute Offensivaktion des WSV nach knapp drei Minuten. Und direkt die Kontermöglichkeit für die Gladwacher. Schrörs in der Mitte, Borges Sanchez gegen Müller. Das ist Jan Müller. Toller Ball auf Kevin Hagemann da. Im 1 gegen 1 jetzt gegen Kahn Kurz. Legt ihn zurück. Und Peitz! 1 zu 0 für den Wuppertal SV. Nein! Abseits! Da hatte Güler noch seinen Schlappen dran gebracht. Und das war das Problem bei der ganzen Geschichte. Peitz mit ganz viel Raum am Strafraum. Er zieht ab. Ja, und hat er dann wirklich den Schlappen dran? Wahrscheinlich ja. Sonst kommen Maximilian Bröder an den Ball ran. Der sitzt hier nur auf der Bank und kommt nicht auf den Grünzweig. Toller Ball jetzt von Hanke. Wieder Richtung Lukas Deming. Sehr, sehr agil überall zu finden. Wen kann er mitnehmen? Stiepermann. Der nimmt Hanke mit. Philipp Hanke. Elf Meter ab. Freunde, zweite Fehlentscheidung in meinen Augen nach der nicht gegebenen Karte gegen Lofolome. Gucken wir uns das an. Hanke legt sich den Ball vorbei. Die Grätsche von Ducoré. Der trifft ihn unten am Knöchel. Keine Ballbehörung. Klarer Elfmeter. Abschluss, auch wenn er nicht sonderlich präzif war. Jetzt der Fehler von Kemper in der Vorwärtsbewegung. Stiepermann. Toller Ball mit dem Ausriss. Güller. Brö. Nein. Wahnsinn. Was für eine Szene. Aber. Auch sowas soll es mal zwischendrin geben. Und der WSV weiter aktiv. Güler. Stiepermann. Gute Körperbewegung nimmt Güler mit in den Strafraum. Das macht er einfach fantastisch. Es gibt keine bessere Nummer 9, sprich Mittelstürmer in der Regionallinger West. Eiskalt dieser Szene Güler. Fantastisch. Stiepermann wartet genau den Moment ab, wo er spielen kann. Perfekt getimter Pass. Und Semi Güler macht das, was er am besten kann. Tore schießen. Stiepermann. Hat er mal eine Idee. Da haben die Gladbacher nicht aufgepasst. Kevin Hagemann. Genau der falsche Weg. Müller aus dem Inzabgrund. Hoi, 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 hoi. Der nähert sich dem Tor auch immer mehr an. Aber auch eine Leistung von Enrique Lofolomo. Zwölf gelbe Karten in dieser Saison zu kassieren und nicht einmal vom Platz zu fliegen. Der Sechster der Gladbacher. Ich hab's eben gesagt. Eine aggressive Spielweise, die er da an den Tag legt. Borges Sanchez. Faulspiel da von Salau. Und der hat schon gehalten. Und das ist der Platzverweis für Noah Salau. Das war dämlich. Und das ist ein Bärendienst, den Noah Salau da gerade seinen Mann erweist. Völlig verdient. Und plötzlich kippt die Stimmung. Und das 1 zu 1 im Anschluss. Konornos mit dem Ausgleich für die Gladbacher. Die Zuordnung passt nicht. Gucken wir jetzt nochmal. Freistoß gut reingebracht. Und dann ist es Konornos, der das Ding einmickt zum 1 zu 1 Ausgleich. Zuordnung passt bei dieser Standardsituation einfach nicht. Das ist aller Ehren wert. Stiepermann. Millimeter aber der passte. Hagemann jetzt mal mit ein bisschen Grün. Kevin Hagemann. Das hat er den Kanada gegen Oberhausen gezeigt. Hagemann. Günter setzt da gut seinen Körper rein. Holt den Einwurf raus. Und Lukas Deming mit. Ein bisschen schlampig gespielt. Aber auch die Gladbacher im Spielaufbau schlampig. Stiepermann jetzt mal mit ein bisschen Platz. Peitz. Peitz. Guter Ball Richtung Karnkurt. Das ist das 2 zu 1. Richtig starke Macht von den Gladbachern. Traumpass in die Schnittstelle rein. Gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. 2 zu 1 für die Gladbacher. Guter Pass in die Schnittstelle. Franz Langhoff dann in dem Moment ausnahmsweise einen Schritt mal zu spät. Und dann drehen die Gladbacher nach 72 Minuten dieses Spiel. Aber das sind natürlich genau die Situationen, die jetzt entstehen. Du hast unter der Woche auf einem schwer bespielbaren Tiefenrasen gespielt. Evandro Sanchez Borges. 3 zu 1. Direkt der Doppelschlag. Ob das jetzt verdient ist? Montag mit dem Fehler gegen Sanchez Borges im Zweikampf. Und der bleibt vor Franz Langhoff. Eiskalt. 3 zu 1 für die Gladbacher. Auch 2 Tage Regeneration bei einer englischen Woche und so einem Rasen. Die bringen dich natürlich dann auch nicht ganz weiter. Gerade wenn du auch mit angeschlagenen Spielern spielst. Montag gegen Telalovic. Telalovic. Montag. Der rettet dann auf der Linie nochmal. Müller. Güller. Leon Schwerst. 2 zu 3. Sie geben sich nicht auf. Und das ist ein Fakt. Egal wie das hier heute ausgeht. Der steht. Die Moral in dieser Truppe ist sehr gut. Güller. Fantastischer Abschluss und eine noch fantastischere Parade von Maximilian Brüll in dem Moment. Leon Schwerst mit dem Abstauber zum 2 zu 3. Kommt ja auch aus der eigenen Jugend bei den Gladbachern. Macht eine richtig starke Partie. Auch wenn er sich schon 2 Gegentore gefangen hat. Aber an dem war er schuldlos. Hagemann nochmal. Hagemann setzt sich da durch. Müller. Peitz. Was muss der denn noch machen, damit er heute mal den Ball im Tor versenkt. Tobias Peitz. Und der WSV löst sich jetzt hinten auch ein wenig auf. Leon Schwerst jetzt vorne mit drin. Kader. Chagatay Kader. Müller. Müller. Nimm Bühler da mit. Müller. Brüll. Müller. Ja. Da schwinden die Kräfte natürlich auch irgendwann. Borges Sanchez. Conor Noz. Eiskeil. 4 zu 2. Gnadenlos diese Gladbacher. Wieder Conor Noz. Doppelpack. Borges Sanchez legt ihn da gut rüber. Und Conor Noz ohne jede Chance. Toller Schiedsrichter. Der hat noch Spaß an der Partie. Hagemann auf Müller. Kabbalakli. Jetzt hat er ein Einsehen. Nach 93 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab. Und irgendwie mutte das komisch an. Der Wuppertaler SV unterliegt 2 zu 4 zu Hause. Was dem Spielverlauf in keiner Form entspricht.